Aha. 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 Okay. Okay. Ich weiß, wie wir da hochkommen. Anderer Versuch war bescheuert. Muss man so sagen. Ja. Zack. Okay. Dann gehen wir hier lang. Hopp. Was ist das andere da hinten eigentlich? Da gehen wir erstmal gucken. Natürlich ist da wieder was. Okay. Danke. Das brauchen wir. Okay. Okay. Und raus hier. Ah. Hui. Okay. Was sind wir denn? Herrin. Ruhig. Hörst du es? Das ist nicht das, was wir suchen. Lass uns weitermachen. Warte. Der Erschaffer. Du schuldest ihm nichts. Ich weiß. Ich will, dass er mir etwas schuldet. Ruhig, Kind. Ruhig. Ich kann dich zu den anderen deiner Art bringen. Mensch, wäre das nicht schön. War ja irgendwie klar. Vergiss es. Kommt. Verreckt. Was es auch immer sind. Okay. Wir kriegen Magieenergie von denen, ne? Ist ja noch irgendwas. Das Ding hier. Sagt zumindest so aus wie Magieenergie. Das hier noch. Zack. Danke. Meins. Hm. Da werden auf jeden Fall noch mehr sein. Mit Sicherheit. Und? Ab. Irgendwo. Irgendwo. Achso. Da. Sag es doch gleich. Okay. Doch nicht. Hm. Da kommen wir hoch. Bin wahrscheinlich einfach nur wieder zu blöd. Hier kommen wir so nicht hoch. Okay. Hm. So kommen wir da hoch. Okay. Und? Ähm. Ja. Können wir von hier aus da auch? Eigentlich ja, ne? Oder auch nicht. Läuft. Hm. Hopp. Und. Hopp. Hui. Ui. Ui. Ne. Ich bin wahrscheinlich nur zu doof einfach wieder. Hm. Bin ich gerade so doof? Hä? Hä? Okay, wenn ich da reinspringe, geht das nicht. Bin ich gerade echt so doof? Hm. Hui. Okay, da fall ich wieder runter. Hä? Bin gerade echt so doof, oder? Okay, das wollte ich gerade nicht machen, aber gut. Und ab. Und ab. Zack. Warte mal. Klar bin ich so doof. Und zwar so. Boah, so schlecht kann auch nur wieder ich sein. Sorry. War keine Absicht, oder? Vielleicht doch. Ah. Ja. Äh. Wir haben noch welche. Man, nur juckt. Okay. Hi. Womit kann dir dieser Bescheid? Lass dir zahlen. Äh. Was ist das eigentlich? Können wir auch davon euch holen. Eine ausgezeichnete Wache. Wie hab ich davon jetzt eigentlich? Wie hab ich davon jetzt eigentlich? Acht. Es wird halt auch immer teurer, ne? Äh. Falscher Knopf. Machen wir das. Machen wir das. Wie ich will, ja. Äh. Dann haben wir das hier. Und natürlich hier. Ich reise erstmal dahin. Und dann. Verbessern wir Sachen noch. Also unsere Waffen. Hi. Schneller. Okay. Wie geht denn das? Aha. Engelschaos. Dämonenchaos. Ach. Ich kann's aussuchen, ne? Hm. Dafür sind die also da. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du interessant. Pass gut auf dich auf. Ja, ja. Moment. Zwei, vier hab ich noch. Hm-hm. Womit kann dir die last hier zahlen? Ich wusste, du kannst nicht widerstehen, wie du willst. So. Wie du wohl vorerst. Hm-hm. Okay. Aber wir haben jetzt noch... Ah. Die Dinge. Man muss sich wahrscheinlich aussuchen, welche Richtung man geht. Okay. Okay. Jo. Jo. Willkommen, Fury. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Interessant. Wie ist es so? Ohne dich wär' ich da draußen gestorben. Sei gerüst, Reiter. Du und diese Menschen sind hier willkommen. Ja, ja. Wenn du meinst. Dann wollen wir mal wieder runter. Jo. Hm-hm. Wie mein Chaos ganz hat gefüllt ist oben. Sei gegrüßt. Bitte. Lass dir Zeit. Da waren wir. Zugang. Okay. Jetzt sind wir hier. Aha. Wie können wir hochklettern? Nein, können wir nicht. Noch nicht. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Typen hin. Aha. Jo, jo. Wir schmeißen mich einfach mal. Hier. Noch mehr. Klein Missviecher, ey. So. Hier hin. Guck mal, da ist noch einer. Stirb. Weiß ich nicht. Ich mach' sowas böse ist doch nicht. Was da unten war, weiß ich nicht. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich jetzt mal zu denen hin, um die zu erledigen, die da oben sind. Guck mal. Guck mal, ne Falle. Guck mal, ne Falle. Guck mal, ne Falle. Was passiert? Ich wollte's mal testen. Ich hab's ja gesehen. Scheinbar. Hallo. Ach komm. Autsch. Ach guck mal, die kannst du auch kaputt machen. Ne, die schießt du einfach nur rein, die Viecher. Der ist selbst da reingelaufen. Und natürlich hab' ich Schaden genommen. Autsch. Voll in die Luft getroffen. Geht mir nicht auf die Eier. Hallo. Stirb. Missviecher. Woow. Ist ja auch nicht so, dass du nur ein bisschen Schaden davon nimmst. Nein. Viel zu viel. Erstmal alles aufsamen hier. Hallo. Na? Du näherst. Hau doch nicht ab. Viecher auch unten auch noch zu. Okay. Sind wir hier? Ich glaub, ich muss aber unten lang, kann das sein. Hehe. Naja. Komm, ich spiel da ja auch noch. Hallo, du da hinten. Steht. Steht. Oh. Ich hab grad so viel Schaden genommen. WTF. Oh. Ja. Ich muss mal kurz warten, bis ich wieder heilen kann. Hm. Die Rennweiß stand ja überall oben rum noch. Guck mal da. Ich wollte grad zeigen, da war einer. So. Besser. Fertigkeit heute, okay. Musst ja echt aufpassen. Diese scheiß Fallen. Was für Ballguy. Hallo. Natürlich. Die sind echt nervig. Weil du verdammt viel Leben verlierst, wenn du nicht aufpasst. Mann, Mann, Mann. So gut wie ich immer bin, naja. Verlier ich zu viel. Guck mal da. Aha. Na. Oi. Zack. Tschüss. Na. Was passiert? Okay. Hm-hm. 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 Äh, ja. Frage ist. Komm, ich... Ich sag nix. Ich hab nix gesagt. Okay. Sollte normalerweise... Ja. Ich hab mich so erschrocken gebend. So. Ui. Zack. Ich hab mich aber auch erschrocken wegen dem Ding. Okay. Ich hab mich aber erschrocken eben wegen dem Ding. Meine Güte, ey. Fuck. Ich bin grad so'n bisschen doof wieder. Zack. Zack. Ich hab mich so'n bisschen weg. So. Mhm. Hm-hm. Hopp. Hier rüber. Da 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 rüber. Ich sterb. Ich seh noch irgendwas. Oh ja, nämlich noch so eines. Na na na. Okay. Ich seh. Ich glaube, das ist sogar der Weg, oder? Hier gibt es halt keine Karte. Deswegen weiß man auch nicht, wo lang. Schauen wir erstmal nochmal da hinten. Ob es da ist. So. Guck mal, Gegner. Und so eine Falle. Autsch. Autsch. Du kleines Mist, Girl. War ich nicht. Ja. Okay. Andere Richtung war schon richtig. Hätte ich nicht richtig geguckt, hätte ich das für übersehen gehabt eben. Diese Kinderstimmen. Oder was das sein soll. Zack. Na, 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 na. So. Zack. Ja. Das kommt mir nicht so geheuer vor. Da scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin? Dein Talisman. Sei vorsichtig. Hm. Geh mal hier lang. Erstmal gucke ich hier. Sag nicht, ich komme jetzt hier raus. Wo bin ich? Was? Wo ist das?